Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch drei Aufgaben aus dem Aufnahmetest der Bundeswehr mitgebracht. Bei diesem Test dürfte man keinen Taschenrechner benutzen, man dürfte sich lediglich mit Stift und Papier ein paar Notizen machen. Also gehen wir mal rein in die erste Aufgabe und schauen, ob wir sie lösen können. Ein Swimmingpool wird von drei gleich großen Schläuchen in 480 Minuten mit Wasser gefüllt. Wie viele Stunden würde es dauern, wenn vier Schläuche eingesetzt werden? Okay, also drei Schläuche brauchen 480 Minuten, um den Swimmingpool zu füllen. Die Frage ist, wie lange brauchen dann vier Schläuche? Also so eine ganz typische Dreisatzaufgabe. Machen wir uns mal so eine Gegenüberstellung in so einer kleinen Tabelle, dass drei Schläuche brauchen 480 Minuten. Und die Frage ist, wenn vier Schläuche dieses Becken füllen, wie viele Stunden braucht man dafür? Dann machen wir es wie beim Dreisatz. Dadurch, dass wir keinen Taschenrechner haben, rechnen wir erstmal mal auf eine 1 runter, indem wir hier durch 3 teilen auf der linken Seite. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Müssen wir auf der anderen Seite dann auch durch 3 teilen oder mit 3 multiplizieren? Denn je weniger Schläuche wir haben, desto länger dauert das Ganze. Deswegen sind wir hier beim antiproportionalen Dreisatz. Also wenn wir hier durch 3 teilen, müssen wir hier mal 3 rechnen. 480 mal 3, dann geht's los. Können wir aufteilen in 400 mal 3, das sind 1200. Und hinzu kommt 80 mal 3, das sind 240, also insgesamt 1440 Minuten, wenn wir nur einen Schlauch hätten. Wir haben aber vier Schläuche. Also rechnen wir hier mal 4 und auf der anderen Seite dann aber durch 4, weil wir ja schon festgestellt haben, das Ganze funktioniert hier antiproportional. Wir teilen also 1440 durch 4. Wir können vielleicht 1200 durch 4 teilen, das Ganze eben aufteilen in 1200. Und den Rest von 1200 bis zu der Zahl sind es dann noch 240, die wir durch 4 teilen müssen. 1200 sind dann 300 und 240 durch 4 sind 60, also insgesamt 360 Minuten. Und damit ist die Aufgabe fast gelöst, denn die Frage war ja nach Stunden. Also müssen wir die 360 Minuten noch durch 60 teilen, damit wir auf die Stunden kommen. Und 360 geteilt durch 60 sind dann 6 Stunden. Und das wäre die Antwort auf die erste Frage. Nummer 2. Löse die Aufgabe unter Beachtung der Klammerregeln. Wie lautet das korrekte Ergebnis? Das ist die Aufgabe. Einfach ausrechnen. Natürlich Punkt vor Strich beachten und die Klammerregeln. Klammerregeln lauten, das was in der Klammer steht, wird zuerst gerechnet. Also hier haben wir eine Klammer, das heißt das wird zuerst gerechnet. Das hier steht in der Klammer, also werden die Sachen zusammengerechnet. Und hier gilt dann Punkt vor Strich, also 5 mal 26 zuerst. Rechnen. Dann gehen wir mal rein. Die erste Klammer schreiben wir ab. 35 minus 17. Das können wir vielleicht aufteilen in 35 minus 10 zuerst. Da kommen wir bei 25 erstmal raus. Und dann müssen noch 7 weitere abgezogen werden. Also 25 minus 7 sind dann noch 18. Dann haben wir unser erstes Ergebnis mal hinten dran. Und die zweite Klammer. 23 plus 8. Okay, das kriegen wir wahrscheinlich so ganz gut hin im Kopf. Sind 31. Und Minus hinten dran. 5 mal 26. Können wir auch wieder aufteilen in 5 mal 20. Das sind erstmal 100. Und 5 mal 6 noch dazu. Das sind 30. Also insgesamt 130 Klammer zu und geteilt durch 4. Das, was in der Klammer steht, wird zuerst gerechnet. In der Klammer haben wir hier schon wieder Punkt vor Strich. Das heißt 18 mal 31 zuerst. Und das können wir jetzt vielleicht mal schriftlich rechnen. 3 mal 8 sind 24. 3 mal 1 sind 3. Plus die 2 sind 5. Dann geht es mit der 1 weiter. 1 mal 8 sind 8. 1 mal 1 sind 1. Und die beiden Zahlen werden zusammengerechnet. 8 hier hinten. 1 und 4 sind 5. Und die 5 hier vorne als Ergebnis. Dieser Malaufgabe hier haben wir also 558. Abgezogen davon wird die 130. Worauf kommen wir da dann? Wenn wir davon 130 abziehen, kommen wir auf 428. Das Ganze müssen wir durch 4 teilen. Geht Gott sei Dank auf. Können wir auch wieder aufteilen in 400 durch 4. Was ja erstmal 100 ergibt. Und dann noch in 28 durch 4, was 7 ist. Also zusammen 107. Und das ist die Lösung der zweiten Aufgabe. Nummer 3. Für ein Ersparnis von 42.500 Euro wurden 552,50 Euro ausgezahlt. Der Zinssatz für 360 Tage betrug für die Geldanlage 6,5%. Wie viele Tage war das Geld angelegt? Wir haben hier also eine Aufgabe aus der Zinsrechnung. Es geht darum, dass ein gewisses Kapital angelegt wird. Nämlich 42.500 Euro wird für einen gewissen Zeitraum angelegt. Wir wissen nicht für wie viele Tage. Das ist genau das, was wir herausfinden sollen. Aber wir bekommen den Zinssatz genannt. Nämlich 6,5%. Das Geld wird also zu 6,5% angelegt. Und wir bekommen die Zinsen genannt, die in diesem Zeitraum entstehen. Nämlich 552,50 Euro kommen hier hinzu. In diesem Zeitraum schreibe ich einfach mal hier mit einem Plus. Okay, wie können wir vorgehen? Wenn wir jetzt keine Formeln mehr im Kopf haben, was zur Zinsrechnung irgendwie gehört, könnten wir uns mal um diese 6,5% kümmern. Das ist der Zinssatz für 360 Tage. Das heißt, wenn wir jetzt 6,5% von unserem Kapital berechnen würden, dann wüssten wir, wie viele Zinsen wir innerhalb von 360 Tagen bekommen hätten. Und dann können wir das runterrechnen auf die tatsächlichen Zinsen. Aber das ist der zweite Schritt dann. Also erstmal berechnen wir 6,5% von unserem Kapital. Das heißt, unser Kapital, die 42.500, wird einfach multipliziert mit 6,5%. 6,5% ist nichts anderes als 6,5% und Prozent heißt pro 100. Die zwei Nullen können wir dann schön wegstreichen. Und ansonsten müssen wir dann nur 425 mal 6,5 rechnen. Lass uns das mal hier in der Nebenrechnung machen. Strich drunter und los geht's. 6 mal 5 sind 30. 6 mal 2 sind 12 plus die 3 sind 15. 6 mal 4 sind 24 plus die 1 sind 25. Nächste Zeile. 5 mal 5 sind 25. 5 mal 2 sind 10 und die 2 dazu sind 12 und 5 mal 4 sind 20 plus die 1 dazu sind 21. Die beiden zusammenrechnen. 5 finden 2, 1 und 5 sind 6, 2 und 5 sind 7 und die 2 hier noch hin. Dann haben wir hier mit einer Nachkommastelle gerechnet. Das heißt, wir müssen eine Nachkommastelle auch im Ergebnis hinschreiben. Und wir haben ein Zinsen berechnet gerade von 2.762,50 Euro. Also das wären die Zinsen, wenn wir unser Geld für 360 Tage angelegt hätten. Das habe ich jetzt mal nochmal hier auf die nächste Seite geschrieben. Und das tragen wir mal in diese kleine Tabelle hier ein. Das heißt, Zinsen hätten wir 2.762,50 Euro bekommen für 360 Tage. So viele Zinsen haben wir aber gar nicht bekommen. Im Text steht, dass wir nur 552,50 Euro bekommen haben. Und die Frage ist, für wie viele Tage gilt das denn dann? Drei Satz mal wieder können wir hier einfach schön runterrechnen. Wir müssen nur schauen, dass da durch was ergibt das hier ohne Taschenrechner. Wir beten einfach, dass die Aufgabensteller freundlich zu uns waren und das Ganze hier glatt aufgeht. Und wir gucken, wie oft es grob, also die Zahl hier unten, wie oft die grob hier reinpasst. Das wäre 5 mal, würde ich mal schätzen. Und dann überprüfen wir das einfach, ob, wenn wir die Zahl, also die 552,50 Euro, wenn wir die mit 5 multiplizieren, also die Umkehraufgabe rechnen, ob wir da dann bei dieser Zahl hier rauskommen. Dann stimmt das ja mit dem durch 5 hier. Also kurze Überprüfung. 5 mal 0 sind 0. 5 mal 5 sind 25. Dann können wir das Komma schon mal hinschreiben. 5 mal 2 sind 10 plus die 2 sind 12. Sieht schon mal gut aus, wenn wir das mal vergleichen. 5 mal 5 sind 25 plus die 1 sind 26. 5 mal 5 sind 25 plus die 2 sind 27. Und tatsächlich, sehr schön, es geht auf, durch 5 passt. Dann müssen wir nur schauen, was wir auf der anderen Seite machen. Durch 5 oder mal 5? Proportionaler Dreisatz oder antiproportionaler Dreisatz? Je weniger Zinsen wir bekommen, desto weniger Tage haben wir unser Geld eben auch angelegt. Also von daher passt durch 5. 360 durch 5 ist das Letzte, was wir tun müssen. 300 durch 5 vielleicht zuerst sind 60. Und hinzu kommt 60 durch 5 sind 12. Also insgesamt 72 Tage. Und damit haben wir die Aufgaben gelöst. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Liked das Video gerne und ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut! Und dann geht's gut!